Einen wundervollen guten Morgen euch ihr Lieben! Heute machen wir eine Acai-Bowl und es ist super easy, super lecker. Ein paar Zutaten, die ihr braucht, sind Himbeeren, gefroren am allerbesten, eine Banane, ein paar Datteln, wir haben Acai-Pulver und gefrorene Heidelbeeren. Generell macht es gar keinen Unterschied, ob ihr frische Heidelbeeren, Brombeeren oder Erdbeeren dazu nehmt. Und Brombeeren und Heidelbeeren machen das Ganze nochmal von der Farbe richtig schön ein bisschen dunkler und die Erdbeeren machen es ein bisschen frischer. Die habe ich heute leider nicht dabei, aber gar kein Problem. Wir nehmen gefrorene Himbeeren, Banane und Datteln und Acai-Pulver und es reicht uns eigentlich schon, um eine richtig geile Acai-Bowl zu machen. Alles ab in den Mixer, dann wird das Ganze umgerührt und dann habt ihr eure Acai-Bowl schon fertig. Die Basis sind erstmal 150 Gramm gefrorene Himbeeren. Oh mein Gott, Leute, das ist wirklich so ein frisches Frühstück. Ich liebe es von der Farbe, von der Konsistenz. Beim Toppen könnt ihr eurer Kreativität freien Lauf lassen. Haferflocken, ganz viel Obst, ein bisschen Sojajoghurt oder Kokosjoghurt obendrauf, Kokosraspeln, Nussmus, da gibt es keine Grenzen. Okay, fertig ist die Acai-Bowl. Und Leute, wenn ihr mehr von solchen Rezepten wollt, dann müsst ihr euch unbedingt mein Kochbuch sichern. Denn die Acai-Bowl ist eins meiner 40 Rezepte von meinem Kochbuch. Lauras Fit-Food-Küche mit Leichtigkeit zu einem Leben voller Power. Das wird jetzt bald rauskommen. Und ich lasse es mir jetzt erstmal schmecken und wünsche euch einen wundervollen Start in den Tag.